Ja Leute, diesmal hat After PS4 mal aufgedruckt. Ach, das ist schon wieder so schlappig. Na gut, dann wollen wir doch mal spielen. Dragon Ball Fighter Z. Ja, Dragon Ball Fighter Z spiele ich. Und das ist, hab ich noch nie gespielt. Okay, mach mal offline Kommentar, weil ich mich da mehr konzentrieren kann. Also war Zeit, also. Ihr wollt immer mal konzentrieren beim ersten Mal, okay? Und auch, ähm, es genießen. Ja, Dragon Ball Fighter Z. Ja, Dragon Ball Fighter Z. Ja, Dragon Ball Fighter Z. Ok, es ist so Münzenwurf praktisch. Ich habe einmal vier Sterne, das ist gar nicht mal so schlecht. Wie ist es so Möglich? Wir können jetzt auch jeden Mal noch eine Anstrengung herbegeben. Ich würde gerne noch eine Kacke gewöhnen. Wuch? Wir können noch einen Schuhl些quart. Ich will noch einen Schuhlten, der ich die Kacke gespielt habe, ich nehme noch 10,000 Euro für mich, aber es ist es eher nur eine Sündung. Ich nehme noch 4,000 Euro für mich, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, es heißt bitteschön automatisch und Zufall ist so witzig, ja, aber automatisch ist, glaube ich, Standard oder was? Er hätte ja auch Standard machen können, oder nicht? Wir können halt schreiben, wir können halt alle nicht schreiben! Er hat ja auch Standard machen können, oder was? Das ist ein Wettbewerb. Gehen! 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 Okay, die anderen Seite ist ganz schön hoch, mein Lieber. Geht es mir. Geht es mir zu schauen. Spieler 왔 свобод, wo forscht. Das war's für mich. Das war's für heute. Okay, war schon richtig viel Spaß. Ist sehr gut gemacht. Okay, ich mach mir mal einen anderen Modus. Hat noch mehr zu tun. So, dann schauen wir mal, was ich so noch mal kann. Kampffuture beginnen. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, es war wahrscheinlich ziemlich einfach, aber naja. Endes halt auch. Okay, es sieht zwar nicht so viel aus, aber macht es schon einiges her, glaube ich. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, und weiter geht's mit den vielen Abkämpfen. die ersten drei mit geschafft so kommt die vier denn ja wenn schon aufgespannt und viel spaß ab viel spaß bei diesem video bitte es geht los ima noe nao nao Das ist gut. Ich habe mich schon überrascht. Das ist gut. Ich bin nicht so gut. Ich werde noch ein bisschen. Das war's für heute. Das war's für heute. Scheiße, nicht geschafft. Na gut, ich habe bei der, wo ich so viel eins auf die Verte gekriegt habe, da habe ich halt gedacht, ich muss es parieren, also abstimmen, aber es war einfach nur blocken, die die Angriffe halten, aber, na, muss ich noch schassen, muss ich das haben, die ich ganz genau erklärt hatte. Also, halt angehört, das muss ich parieren, aber gibt es ja, glaube ich, gar nichts. Okay, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ja, so wird's gemacht! Okay, das war jetzt, ähm, auf Nummer sicher, ne? Ja, jetzt weiß ich ja, wie es, ähm, funktioniert's ja. Manchmal versteht's auch man, versteht man das einfach auch nicht. Okay, 300 Teddy. Kämpfen von Coolerkeits schon. Seit der Playstation 1, 2, kennt man die Teddy wir auch schon. Okay. Meistern die ganze Spielzeugungs, okay. Da wollen wir doch mal sehen, ob ich das tatsächlich meistern kann. Wer nicht? Ja, aber auch solches ich kann, das ist ja nicht mehr so schwer wie... Zumindest ist es praktisch so schwer wie... Ja, es ist praktisch so schwer wie... äh, Warwick vs. Capcom. Ja. 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 Ich mache ihểNEc unter die Hand suasvi крепzies, lie up. Wnsinnig. Ja. Ja, ja. 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 40',RI gosh. Ja. Ja. Das war's für mich. Ok, ohne den Kaster zu kriegen die Einheit Perfekt her. Ja, diesmal war es sogar 2. Bewegen, ich kann es nicht meistern. Also mein Kanal ist ja nicht umsonst. Bieten ab, Master. Ah, ja. Ok. So, wieder ein bisschen Geld und es wieder weiter geht es mit den... Ok, jetzt geht es jetzt um ein Team. Jetzt zeigen die mir, wie man einen Team steuert praktisch. Also zu dritt, man kämpft ja den ganzen 3. Ist ja typisch für Ramm und Bösen. Aber erst seit dem 2. Teil. Der erste Teil war ja auch technisch. Und sogar auf der Person 1 war es sogar 1 gegen 1. 1 und 2 und 3 Geht's. Jochen, leise! Gäst welchen Kast, DOS! ources disponiert... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Geht's! Ich fühle mich noch etwas an. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Schrauber! Böse! Der erste Teil, der erste Teil war! Das ist ein Wettbewerb. Das war's für mich. Das war's für mich. Das ist ein Wettbewerb. Ja, der Dartsfüßler! Ok, das ist auch der Dartsfüßler. Und, finde ich, das ist sehr schön. Ich finde es schon. Ja, ist auch ziemlich klein geworden. Aber auch sehr gut gefallen. Ja, das gefällt mir ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ok, da kann man schon besser rein, bei solchen Trials. Ja, kann man schon zeigen. Vor allem ist es auch so. Ok, Schnitzer im Universum. Ok, es geht um die Luftquempel. Muss man speziell mit den Luftquempeln vertraut machen. Und dann halt, ne? Ja, wenn man mehr in der Luft ist, kann man auch rankeln. Sprinzen und so weiter. Ja. Dass die halt nicht richtig fliegen können, haben manche gestört. Aber eigentlich ist das egal. Ja, mir ist das nicht. Ja. 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 Das war's für heute. Wettbewerb! spiel nicht unterschätzen aber sein kentern ist glaube ich nicht unblockbar oder es fehlt an sie wie stark oder nichts ja der aufbilder ist wichtig okay da ist auch wichtig ist oder nichts wer nicht aber es ist auch wichtig alles ist wenn man alles kann muss man alles zusammen dass wir uns die ganze muss auch noch kennen von den einzelnen charakteren kennen die alle nichts ja leute ich kenne ja nichts die ganze muss ja Einmal noch! Das ist gut! Jetzt ist es gut! Das war's für heute. Lass uns das! Das war's für heute! Das war's für heute. Das war's für heute. das war ganz schön gewalt kredien als ob du das anbänden wer so dass ich sage jetzt deshalb sind für uns besüchtiger das haben auch nicht so gesehen und diese seite von kredien ok jetzt geht um die sieben der muss wahrscheinlich muss ich den ganzen sieben der voll sieben sein was alle zahmeln da kann ich mehr in der wunsch äußern denken wir mal nicht ja ich weiß nicht wie das funktioniert jetzt werde ich aber mal sehen wie das ja 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 Bis zum nächsten Mal. Also, die Verk המש Die Verkauf hat den Verkauf nicht mehr zu Ende. Jetzt schon mal der Funktion. Danke, die Verkauf nicht fern. Ich denke, dass der Verkauf nicht mehr Verkauf hat. 2 i Das war's für heute. Aaaaaaahhhhhh! Aaaaaaahhhhhh! Outstanding! Aw ok. Come on. Aaaaaaaaahhhh! Hey! Golden! Aaaaaaaaaaahhh! Asana! Goku! Win! Ja, ich glaube, ich habe die Idee nicht geschafft, oder? Ja, im Kampf gewonnen habe ich schon, aber ist ja egal. Wenn sie die 7 Dörfles, ok, ich muss es nochmal nachkommen. Ja, ich habe es nämlich kurz, dass man mit Kohlens die Kasse wollen, was wird. Ne, ich wusste es einfach nicht. Ok, dann immerhin noch einmal probieren. Ich probiere es einfach mal. Die Kasse, die Kasse, die Kasse, die Kasse, die Kasse, die Kasse, die Kasse! Ich bin der Kasse, die Kasse! Ok, jetzt geht's! Das ist ein wenig Spaß für die Macht. Das ist ein wenig Spaß. Du bist nicht mehr anhand ein. Das ist ein wenig Spaß für die Macht. Ich werde jetzt mit mir sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Ich bin ein paar Tage, Junge. Das ist das, was wir tun. Das ist das, was wir tun. Das ist das, was wir tun. Das war's für heute. Was ist das? Ja! Ich glaube auch nicht, dass das so stark ist damals, oder? Aber der ist schon richtig stark. Kann man eigentlich nicht sagen, dass der das schwach ist. Der hat immerhin Zogogo übertroffen. War jetzt übertroffen. Sehr weit übertroffen. Ja, auf dieser Zeitpunkt hätte der der Hauptcharakter sein können aber. Dann eben halt nichts. Okay, kontrollieren, danke. Okay, schauen wir, ob ich das auch kontrollieren kann. Das war's für heute. 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 Okay, hier. Okay, schauen wir mal wieder an. Oh nein. Das war's für heute, wie zum K expel. Ja,5-10-10! Und dann vorbei ist das. Nach dem�rahen wir auch. Jasper? Matthias werden noch nicht schön verletzt. Das war's für heute. Dann serveraten wir auch noch weiter. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt noch ich die Ich werde jetzt den Ich werde jetzt die Geist! 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 Das war's für heute. Es ist ein verdammtes Tor! Er ist ein verdammtes Tor! Heitere! Was ist er? Er hat Kürbis! Wie ist er? Der Kürbis! Er hat er! Er hat ihn zu sehen! Er hat ihn gewonnen! Win! Bis zum nächsten Mal! Das war's für mich. Das war's für mich. Wettbewerb! ok jetzt habe ich meine erbliche sende ja das haben die mir praktisch als bei gemacht fast okay es will halt noch die ganzen die karte fehlen und die war ich dann bei diesmal ja ich muss mal nichts mal tschüss dabei